Willkommen beim Außen- und Gartenheizung-Chair-Lösungen. Hier ist Will, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Feuerstelle mit Grillrost, Feuerschale mit Funkenschutz, Firepit für BBQ, Heizung, Gartenterrasse, Metallfeuerkorb 3 in einer Feuerstelle im Freien. Multifunktional, diese Feuerstelle im Freien ist ideal für kühle Abende und sorgt für behagliche Wärme und geschmeidiges Licht, wodurch eine schöne, fesselnde und komfortable Atmosphäre entsteht. Robustes Design mit speziellem Muster, ideal für Wärme, Grillen und Abkühlen von Getränken und Speisen auf der Terrasse im Garten im Hof. Breite Kante zum Halten von Einzelteilen, diese Premium-Feuerstelle ist aus Stabilitätsgründen in quadratischer Form gebaut. Der 13,5 cm breite Rand um die Feuerschale bietet ausreichend Platz für Teller, Sausen, Bürsten und andere Grillotensilien und ermöglicht einen bequemen Zugang während des Kochens. Sicher und Garantie, Merkmale mit Netzdeckel, um brennende Glut zu verhindern, Schürhaken kann verwendet werden, um Feuer zu schüren und den Maschendeckel zu entfernen. Diese Designs garantieren, dass sie während des Gebrauchs sehr sicher sind. Langlebiges Design, hergestellt aus hochwertigem Eisennetz und Rahmen, wird mit einer geeigneten Außenhülle geliefert, die bei Nichtgebrauch sauber hält und Rostbildung durch Wasser oder Regen verhindert. Einfache Montage, diese quadratische Feuerstelle ist in einer einfachen, aber soliden Struktur aufgebaut, die eine schnelle und einfache Montage unter Beachtung der beigefügten Anleitung gewährleistet. Feuerstelle Freizeitzone, große Feuerstelle im Freien Diese robuste Feuerstelle im Freien ist eine gemütliche Ergänzung für jede Terrasse im Hinterhof und verfügt über einzigartige und stilvolle Ausschnitte, die nachts ein unglaubliches Feuerambiente schaffen. Robuste Stahlkonstruktion mit einer großen Feuerschale und einem Sicherheitsdeckel mit vollem Durchmesser, der sich hervorragend als bequemer Fußstützengriff zum Tragen eignet. Mit einem Gewicht von weniger als 10 Kilogramm erleichtert das leichte Design des Kaminofens das Mitnehmen von Camping, Strand oder Ferienhaus. Im Laufe der Jahre ist Außen- und Gartenheizung immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in Sarekheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind.